Nee, dahinten ist das Objekt, das schafft er nicht mehr. Äh, lol? LOL! Was? Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Mal wieder in der Arena auf Bowl mit dem Blackjack-Preset unterwegs. Und eigentlich war das eher eine Testrunde, da Diablo dort seine ersten Steps in der Arena beginnen wollte. Die Runde lief aber trotzdem ganz ausgewogen, was ja sonst eher schwierig ist, bis Battlestate Games sich da mal was einfallen lässt. Haut aber gerne in die Kommentare, wie es für euch aktuell in der Arena läuft. Das war es an dieser Stelle auch wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Nades immer das Werfen, wenn du jetzt hier zum Beispiel beim Rote Kreuzwagen bist. Ja, die Nate kam nämlich jetzt auch direkt bei uns rein. Du hast einen getötet, nice. Rechtsseite steht einer. Hab einen. Bin schwer am Arsch. Ja, komm zurück. Es snipet doch wieder einer oben. Ja, komm, hör doch auf, Alter. Sniper-Turm? Ja. Er rennt halt hoch, dreht sich und hat mich direkt im Schädel. Ja, komm. Da sind wir. Low. 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 Ja, deswegen nehme ich immer gerne den Punkt an der Ecke, weil da rennen die dann oft einfach dran vorbei, ohne nur mal nach links zu gucken, weil ich habe keine Lust, mich jedes Mal dem Tower da auszusetzen. Ja, jetzt aufpassen. Ja, der ist wieder auf dem Turm oben. Hm. Oh. Oh. Oh, ja. Das ist jetzt auch so. Okay. Das ist auch was, dass ich der Tor mir nicht erwischt, ne? Ja, ja. Ich sehe nix. Trinkt ein zweiter, oder was? Ja, ja. Schade, tut mir leid. Er kommt hoch in den, in den Komplex. Und der geht einfach nicht tot, alter. Ja, mit ne Pistole holt er mich weg, genau. Ja, hat er mich auch. Aber der hat die Vollauto mit Schulterschnitze. Ich hab zwei Macs noch wieder abgefeuert. Okay. Der ist so heftigeres. Ja, einen fetten Helm da mit Visier. Keine Ahnung, was der hat. Oh, er kann. Ja, zu früh, Mann. Viel zu früh. Hätte abwarten sollen. Jetzt capturen sie, das kriegt er nicht hin. Der eine aus dem Heli, der capturet den gleich. Na ja. Genau. Ich hab mich gebetet. Entschuldigung. Hier kommt gleich einer durchs Ich hab den in Rot Ist da noch einer? Ja Hinter uns Wo ist er denn? Der ist oben über den Container gelaufen hier im Wesen Ja ja, deinen hab ich Ich hab die zwei Okay Richtige Runde Ja Ja Vorsicht! Uh, jetzt kriegt er in meine Granate rein Die schießen auf den Turm Alter, wer beschießt mich denn hier? Weiß ich nicht Der eine muss das jetzt auch reißen Ach, ich wurde von hinten erschossen Wer nur auf die Beine hält, ey Oh, und er ist übelst wracked Oh, und er stoppt die Blutung nicht Der krippiert gleich so Ne Da hinten ist das Objekt Das schafft er nicht mehr Äh, lol LOL Was? Was? Was ein Held, alter Fett hätte ich nicht gedacht, ey Du wirst immer zu früh Da wo die explodiert Da wo die explodiert ist immer noch keiner von denen Da wo die explodiert ist immer noch keiner von denen Ich muss noch wissen, hier wo Hä? Ach, er kriegt mich, aber ich ihn nicht, alles klar Meine Fresse Äh, wieder Turmbubble von Feins, ne Äh, wir sehen Wer ist der letzte Überlebende? Oh Er, anstatt, genau, jetzt nachladen Er hat zwei Schüsse abgegeben, warum lädt er denn nach? Vielleicht hat er bloß noch zwei im Magazin jetzt Weißt du auch nicht Ja gut, aber dann lad ich doch vorher nach, bevor ich in den Infight gehe So, ab dem, äh, Krankenhauswagen kannst du schmeißen Nicht vorher Kommt direkt zu uns rüber Jo, ist auf dem Turm Ist oben drin Hm? Ja, ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin tot beim Heli Zwei Stück beim Heli Zwei Stück beim Heli Häh?! Ja, der Kamer und sei Ich hab den nicht gesehen! Ich hab ihn gesehen auf der Necke. Ich hab mich genau in dem Moment abgehockt. Hab den nicht gesehen. Er schießt halt immer zu früh. Auf die Entfernung, oder? Ja, bei ihm bleiben sie halt einfach stehen. Ja, die haben wahrscheinlich den Kopf nur gesehen, deswegen. Es steht da ein bisschen offen. Nice. Aber es lebt immer noch einer. Das war's. Ja. Doch, hat geklappt. Er war auch noch auf der Sekunde drauf. Da wegzugehen, wär Quatsch gewesen. Non-stop. Das war's. Da ist ja vier. Das war's. Das war's. Und das war's. Das war's. Vielen Dank.